Der Platzhirsch im Bereich der Telemedizin veröffentlichte zuletzt seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal. Hierbei enttäuschte Teladoc die Aktionäre derartig, dass die Aktie daraufhin massiv unter Druck geraten ist und somit verlor Teladoc letztendlich innerhalb weniger Handelswochen in der Spitze bislang um mehr als 40% seiner Marktkapitalisierung. Den Überblick über die wichtigsten Quartalszahlen sowie der charttechnische Situation mit möglichen Ein- und Ausstiegsszenarien und aber auch vor allem, wie ich persönlich als Aktionär mit dieser Situation umgehe, erfährst du in diesem Video. Und damit auch ein Hallo und vor allem auch für die, die neu auf dem Kanal sind, ein herzliches Willkommen bei So geht Börse. Ich bin der Patrick und freue mich, dass du da bist. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, den Quartalszahlen von Teladoc. Teladoc veröffentlichte die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal am 24. Februar und meldete hier einen Umsatz in Höhe von 383,32 Millionen US-Dollar. Mit diesem Umsatz konnten die Erwartungen von ca. 378,93 Millionen US-Dollar leicht übertroffen werden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies dann einer Umsatzsteigerung von rund 145 Prozent. Der Grund hierfür ist, dass die Nachfrage nach der virtuellen Gesundheitsplattform angesichts der anhaltenden Corona-Krise stark gestiegen ist. Dementsprechend konnten die Besuche im Quartal auch auf knapp 3 Millionen und somit um knapp 140 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ansteigen. Die Zahl der Aufrufe im Zusammenhang mit den nichtinfektiösen Erkrankungen, also in Bezug auf Corona beispielsweise und somit eben zurückzuführen auf die Rückenschmerzen, Blutdruck, Depressionen und so weiter, erhöhte sich der Anteil auf 75 Prozent im Vorjahreszeitraum. Und im Vorjahreszeitraum wurde hier lediglich ein Wachstum von 50 Prozent generiert. Also auch hier ist der positive Trend weiterhin zu erkennen. Und falls dir übrigens genauso wie mir gefällt, dass das Unternehmen auch einen Beitrag dazu leistet, anderen Menschen auch in psychischer Not sozusagen zu helfen, dann gib diesem Video doch gerne auch einen Daumen nach oben. Was allerdings für die herbe Enttäuschung gesorgt hatte, weil die Zahlen an sich sind ja eigentlich sehr gut, war der massive Rückgang beim EPS, also beim Gewinn pro Aktie. Hierbei erwarteten die Experten einen negativen Gewinn von knapp 0,2 US-Dollar pro Aktie. Generiert wurde allerdings letztendlich ein negatives EPS von mehr als minus 3,07 US-Dollar, was auch einem Quartalsverlust von mehr als 460 Millionen US-Dollar entspricht. Warum hat die Aktie allerdings diesen großen Verlust eingefahren? Und dies ist eben hauptsächlich darauf zurückzuführen, auf die Übernahme von Livongo. Für das erste Quartal geht das Management dann wiederum von einem Umsatz von ca. 445 bis 455 Millionen US-Dollar aus und die Visits sollen sich auf ca. 2,9 bis 3,1 Millionen belaufen. Wenn du nun mehr zum Geschäftsmodell und den Zukunftsperspektiven, aber auch dem eigentlichen Unternehmen von Teladoc bzw. auch zur Übernahme von Livongo erfahren möchtest, dann habe ich dir jetzt hier oben im Video ein weiteres Video dazu eingeblendet, alternativ aber auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, dann kannst du es im Nachgang nochmals in Ruhe anschauen und kannst dieses Video auch bis zum Ende weiterhin anschauen. Denn im weiteren Verlauf gehe ich auch darauf ein, wie ich persönlich nun mit diesem massiven Kursabschlag als eigentlicher Investor umgehe. Was zusätzlich dann noch eine weitere spannende Nachricht ist, dass Kathy Wood in ihrem ARC-ETF Teladoc im Zuge des Abverkaufs auch weiter massiv aufgestockt hat und in ihrem Fonds belegt das Unternehmen nun von der Gewichtung her den zweiten Platz, eben hinter Tesla und der Fonds hält insgesamt am Unternehmen nun 7,55%. Die Gewichtung im Fonds beläuft sich auf 4,69%. Und das zu Recht, schaue ich nämlich jetzt auf dem Aktienterminal von Traderfox, so stelle ich fest, dass der erwartete Umsatz in den nächsten Jahren auch weiter massiv zulegt. Ebenfalls soll das Unternehmen in diesem Jahr zum ersten Mal profitabel werden. Zusätzlich stellen wir auch fest oder ich, dass die Bewertung des KUVs aufgrund des massiven Kursrückgangs, auch wenn die Bewertung weiterhin hoch ist, massiv zurückgegangen ist. Das KUV beläuft sich mittlerweile in Anführungszeichen nur noch auf 27, nachdem sich dieses in der Spitze auf knapp 80 Belaufen hatte. Und nun, bevor ich nun zu möglichen Ein- und Ausstiegspunkten von Teladoc komme, ganz kurz an dieser Stelle noch der Risikohinweis. Bei diesem Video handelt es sich natürlich um keinerlei Anlageberatung. Ihr könnt das Video gerne auf Pausieren klicken und es euch in Ruhe durchlesen. Wenn wir uns nun die charttechnische Situation von Teladoc anschauen, dann stellen wir natürlich auch fest, dass ich wie immer auf dem Tradingdesk von Traderfox bin, also auf www.traderfox.com und dieses Tradingdesk verwende ich immer für meine charttechnischen, aber auch meine anderen Aktienanalysen. Grundsätzlich stellen wir hierbei fest, dass die Aktie trotz dieses massiven Kursrückgangs der vorangegangenen Handelswochen auch dieser langfristige Aufwärtstrend weiterhin völlig intakt ist. Dieser beschleunigte sich zunächst nochmal, nachdem dieser mehrwöchige bzw. monatige Abwärtstrend zunächst nachhaltig nach oben durchbrochen wurde. Dies war auch grundsätzlich ein bullisches Kaufsignal, ein Trendfortsetzungssignal und hierbei stellen wir auch fest, dass die Aktie dann in diesem Zuge noch weitere Allzeithochs angesteuert hatte und nochmals um gut 50 US-Dollar zulegen konnte. Allerdings nun der massive Abverkauf, was vor allem auch aufgrund der hohen Bewertung zurückzuführen ist, aber auch generell im Zuge der Schwäche des Gesamtmarkts in Bezug auf den Abverkauf bei den Tech-Werten. Meine erste Position bei Teladoc habe ich ungefähr in diesem Bereich hier aufgebaut und eine zweite Tranche in dieser Zone. Nun, im Zuge des Abverkaufs habe ich meine weitere dritte Tranche aufgebaut mit einer etwas kleineren Position und grundsätzlich habe ich alle diese Käufe bislang auf meinem Instagram-Account live auch durchgeführt bzw. angekündigt. Hier führe ich immer meine sämtlichen Trades, also Käufe und Verkäufe live durch. Dementsprechend könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Wie gehe ich nun allerdings mit der weiteren Situation um? Ihr habt es ja schon gehört, ich habe nun eine dritte kleine Position in dieser Kursregion aufgebaut, bin aber durchaus auch noch bereit, dies im Zuge des weiteren möglichen Abverkaufs weiter aufzustocken. Der Grund für diese Aufstockung der Position war im Prinzip dieses Anlaufen des Pullback-Niveaus des zuletzt durchbrochenen Abwärtstrends. Allerdings scheint nun auch in Anbetracht der Slow Stochastic, dass dieses Pullback-Niveau nicht nachhaltig verteidigt werden kann und eher diese Abwärtsbewegung nochmals fortgesetzt werden kann. Denn in der Slow Stochastic wurde nun ein nachhaltiges Verkaufssignal generiert und dementsprechend baut der Oszillator nun seine überkaufte Situation entsprechend ab. Dementsprechend gehe ich aktuell davon aus, dass die Aktie zwar potenziell einen Rebound ansteuern kann, also eine kurzfristige Erholung ansteuert, diese dann allerdings weiter abverkauft wird, denn die Aktie steuerte auch am vergangenen Handelstag, also am Freitag, diesen massiven Unterstützungsbereich an, bestehend aus diesen lokalen Tiefs hier, der laufenden Korrekturbewegung, aber auch das 50er Fibonacci Retracement dieser laufenden Aufwärtsbewegung. Dementsprechend gehe ich, wie bereits angesprochen, grundsätzlich davon aus, dass ein erster Rebound eingeleitet werden kann, dieser dann allerdings nochmals fortgesetzt werden könnte, dass der Unterstützungsbereich von ca. 175 bis 143 US-Dollar noch angesteuert werden kann. Sollte die Aktie nochmals in diesen Unterstützungsbereich laufen, würde ich voraussichtlich meine laufenden Investmentpositionen nochmals um eine vierte Position aufstocken. Deshalb habe ich mir einen Kursalarm bei ca. 152 bzw. 153 US-Dollar platziert, welcher mich dann direkt benachrichtigt, wenn der Kurs entsprechend diese Kursregion angesteuert hat. Dann kann ich auch gleich entscheiden, ob ich kaufe oder eben doch nochmals weiter abwarte. Auch hier gebe ich dann natürlich auf meinem Instagram-Account dann Bescheid. Was zusätzlich diesen Unterstützungsbereich nochmals verstärkt aufgrund des 50er und 61,8er Fibonacci Retracements ist weiterhin auch das untere Bollinger Band sowie entsprechend dieser lokalen Tiefs dieser Aufwärts- bzw. Konsolidierung und Korrekturbewegung. Und nun vielleicht, wie gehe ich aktuell mit diesem massiven Kursrückgang der Aktie um? Ganz einfach, dadurch, dass ich bei Teladoc einen relativ geringen Depotanteil habe und mir dadurch auch aufgrund der hohen Bewertung bewusst bin, dass es sich um einen deutlich volatileren Titel handelt, habe ich auch einen, ja wie gesagt, relativ geringen Depotanteil und bin auch durchaus dann bereit, dadurch, dass ich vom Unternehmen und auch der Zukunftsperspektive des Unternehmens überzeugt bin, auch diese Position weiter aufzustocken bereit bin. Grundsätzlich sollte man sich allerdings im Vorfeld eines Aktienkaufs immer darüber klar sein, was will ich eigentlich mit dieser Position erreichen, wie lang will ich sie halten und was ist das Ziel damit? Dementsprechend muss man auch einen klaren Plan verfolgen und danach dann auch entscheiden. Für mich der klare Plan ist, ich bin weiterhin vom Unternehmen überzeugt, die Zahlen waren meiner Meinung nach super, das Wachstum ist weiterhin intakt, aber auch die Zukunftsperspektiven als Platzhirsch im Zukunftsmarkt sind weiterhin für mich überzeugend. Dementsprechend werde ich auch weiterhin jede stärkere Korrektur bei der Aktie nutzen, sofern sich eben nichts fundamental Dramatisches ändern sollte, denn langfristig betrachtet gehe ich durchaus davon aus, dass die Aktie diesen langfristigen Aufwärtstrend auch weiter fortsetzt und grundsätzlich neue Allzeithochs ansteuern kann. Vielleicht noch ein Alternativ-Szenario, sollte die Aktie im Zuge dieser potenziellen Erholungsbewegung, kurzfristigen Erholungsbewegung in den möglicherweise nächsten Handelstagen diesen Widerstandsbereich bei ca. 256 US-Dollar nachhaltig überwinden, hier befindet sich das ehemalige Allzeithoch, könnte diese Aufwärtsbewegung direkt weiter fortgesetzt werden. Dies ist allerdings nur mein alternatives Aufwärtsszenario, grundsätzlich gehe ich nochmals davon aus, dass dieser Unterstützungsbereich angesteuert wird. Und nun am Ende würde mich natürlich eure Meinung interessieren, haltet ihr Teladoc genauso spannend wie ich oder nehmt ihr eher Abstand von der Aktie? Schreibt es mir doch unten sehr gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Video mit euch. Ciao, servus, macht's gut und bedenkt vor allem auch immer, trauere keiner vergebenen Gelegenheit an der Börse hinterher, die nächste kommt bestimmt. Bis dann, euer Patrick.